Bereits zum 9. Mal gab die Azurit-Gruppe für ihre Bewohner, deren Angehörige und Freunde der klassischen Musik, ein Konzert unter dem Motto »Die goldenen Zwanziger«. Das Konzert fand zum ersten Mal im Segeberger Bürgersaal im Rathaus statt. 90 Minuten lang lauschten die Besucher der klassischen Musik. Die Besucher freuten sich über schöne Klänge und genossen das gesellige Ambiente.